Man liest jetzt sehr viel in den Medien das Wort Brexit. Was heißt denn Brexit eigentlich? Das heißt British Exit, also das Großbritannien, das Vereinigte Königreich aus der EU austritt. Da wird es über diese Frage ein Referendum geben und wenn das Referendum für den Austritt ist, treten die Briten aus. Und das ist ganz sicher. Also wäre eines der dramatischsten Ereignisse in den letzten Jahrzehnten. In welchen Ländern findet dieses Referendum dann statt? In allen Großbritannien? Ist das auch in Irland? Nein, Irland nicht. Irland ist ein selbstständiger Staat, aber in Nordirland, in Wales, in Schottland und in England findet das Referendum statt, also bei den britischen Bürgern. Wenn Sie austreten sollten, was würde das dann für die EU bedeuten? Großbritannien ist ja doch wirtschaftlich sehr wichtig für uns. Hätte das massive Folgen? Also ganz, ganz eindeutig hätte das dramatische, massive Folgen. Die Briten sind eines der drei ganz großen Mitglieder der EU. Also wenn da eines geht, ist das besonders schlimm. Es hat ja noch überhaupt nie ein Land gesagt, ich gehe, ich verlasse die EU. Es wäre erstens schlimm, weil es einen Dominoeffekt haben könnte. Die Niederlande haben vor kurzem einen völlig unbedeutenden Frage, nämlich dem Vertrag, Assoziierungsvertrag zwischen der EU und der Ukraine mit Nein gestimmt. Wobei es den Niederländern haben ja nur knapp über 30 Prozent sich beteiligt, aber denen ist es ja gar nicht um die Ukraine und diesen Assoziierungsvertrag gegangen, sondern es ist aus vielerlei Gründen in Europa, in den verschiedenen Ländern, in verschiedenen politischen Richtungen eine massive EU-kritische Haltung im Gang. Das hat vielerlei Ursachen, das hat der ganz, ganz schlechte Umgang mit der Griechenland-Krise, wo man statt sich an Verträge zu halten, einfach immer nur mehr Geld hineingepulvert hat. Geld, das man nie zurückkriegen wird, Geld, das durch künstliche Geldschöpfung, durch die Zentralbank überhaupt geschaffen ist und das führt daher zu sogenannten Blasen. Das ist jetzt eine schwierige ökonomische Entwicklung. Aber wenn du mehr Geld in eine Wirtschaft hineinpumpst, als die Wirtschaft wächst, jede Wirtschaft wächst, wird mehr erzeugt, sind produktiv, aber was ihr Computer ist, hat halt tausendmal mehr effektiv, als er vor 10, 20 Jahren war. Aber wenn du noch schneller da Geld hineinpumpst, dann fließt das Geld irgendwo hin. Es ist klar, es bleibt ja nicht im luftleeren Raum und es fließt ganz eindeutig derzeit in die Immobilien, also Wohnungen, Häuser, die explodieren geradezu im Preis in vielen Ländern. Aber das ist natürlich eine Blase, sagt man, und eine Blase, kannst du dir buchstäblich vorstellen, wenn da was hineinsticht, dann platzt sie, je nachdem was drin ist. Wenn Wasser drin ist, spritzt das alle an, aber wir haben ja alle großen Wirtschaftskrisen der letzten Jahrzehnte sind durch solche Blasen entstanden. Etwa die große Krise 2008 oder 2029 sind immer durch solche Fehlentwicklungen entstanden und das spüren die Leute gleichzeitig, werden die Spargelder in vielen Ländern dramatisch, nicht dramatisch, aber entwertet. Wenn die Inflation alljährlich höher ist als die Zinsen, die du am Sparkonto kriegst, dort kriegst du nämlich praktisch gar keine mehr. Aber die Inflation ist zwischen ein und zwei Prozent und über zehn Jahre, 20 Jahre wird das natürlich spürbar. Und das ist ja, viele Leute haben geglaubt, sie haben sich in ihrem Leben was erspart jetzt und im Alter können sie davon leben, weil die Pensionen sind meistens nicht sehr üppig, also auch das schafft Zorn, den größten Zorn schafft natürlich diese ganze Völkerwanderungsbewegung, die, wo ja die EU den Mund sehr früh genommen hat, dass sie dafür jetzt zuständig sei und löst und überhaupt keine Lösungen hat, haben kann, weil das ist, was völlig, ist ganz schwer nur zu lösen und da geht halt immer mehr Zorn auf die EU und gleichzeitig auch das stärkste Land Europas, Deutschland, und die Angela Merkel, die immer gesagt hat, so, ich lasse alle rein und jetzt verteilen wir es auf die anderen Länder und da haben die anderen Länder gesagt, hallo, wir wollen die ja gar nicht, wenn die Frau Merkel sie will, soll sie sich behalten. Und das ist eine ganz starke Strömung der Zukunft, die Überregulierung, dass da jetzt ein EU-Parlament und eine Kommission ständig unser aller Leben regulieren will, wie viel Wasser durch einen Duschkopf kommt und was für Glühbirnen wir haben müssen und so. Und die Leute sind es einfach satt, immer mehr von Regeln eingeengt und beschränkt zu werden. Und das ist die große Gefahr, dass es jetzt explodiert, weil Gefahr an sich ist der europäische Gedanke jetzt nicht aus großem Schwadronieren heraus. Und es wird kein Krieg ausbrechen, das ist alles Schwachsinn meiner Meinung nach, aber es hat wirtschaftliche Norm geholfen. Wenn du einfach für einen gemeinsamen Markt aus 28 Ländern in einer Fabrik was erzeugen kannst und da keine Grenzen und Kontrollen und sonstige Barrieren hast, dann kannst du viel effizienter, billiger erzeugen. Und wenn man gemeinsam forscht und all diese Dinge, die mit Wirtschaft zu tun haben, da ist die EU sensationell erfolgreich gewesen und hat viel zu unser aller Wohlstand beigetragen. Natürlich kann man auch sagen, es muss noch besser sein und das und jenes hätte noch mehr geschehen können. Aber das ist ganz wichtig und die Briten sind eben ein noch dazu wirtschaftlich relativ starkes und nicht so sehr von der Krise erfasstes Land. Und da wäre es doppelt schade. Es würde den Briten schaden und es würde uns verbliebenen schaden, unabhängig davon, ob jetzt noch weitere dann folgen würden. Wie wird das denn in Großbritannien von den Medien vertreten? Sind die eher für einen Austritt oder halten die sich überhaupt komplett neutral in dieser Hinsicht? Ja, das würde ich nicht so sagen, dass sich die neutral halten. Also die große Mehrheit, vor allem der Boulevardmedien, also der Auflagenstarken, die sind wirklich sehr brutale Medien, die also wirklich viel aggressiver sich verhalten als unsere Boulevardmedien, wo auch viel Schlimmes zu lesen ist. Also die sind überwiegend für den Austritt, weil das ist so die emotionale Stimmung und die Qualitätsmedien und so sagen wieder dagegen. Und alle Unternehmer und Wirtschaft sagt, es ist ein Wahnsinn, wenn wir da austreten. Aber das sind halt so, die Boulevardmedien kümmern sich weniger um die Wirtschaft, sondern um die Stimmung so auf der Straße. Und da ist der Zorgen, der sich halt von Jahr zu Jahr aufgestaut hat, ist die große Gefahr, dass er sich entlädt. Ich habe zwar allerdings jetzt mit einem langjährigen, früheren britischen Außenminister, einem konservativen, reden können. Und der hat gesagt, am Schluss wird doch nicht die Emotion, die ganz stark so gegen Europa ist, sondern doch die Vernunft, was nutzt es mir, was schadet es mir, sich durchsetzen. Und es würde sich eine Mehrheit der Briten dann doch für den Verbleib entscheiden, war seine Prophezeiung. Aber Prophezeiungen haben halt immer das Ungewisse, sie betreffen die Zukunft und von der weiß man noch nicht wirklich. Wie reagiert die EU auf diese Sache? Probiert man das Ganze für Großbritannien wieder etwas attraktiver zu machen? Ja, da hat es ein paar Änderungen gegeben, die insbesondere einen Bereich betreffen, nämlich die Sozialleistungen für EU-Bürger, die nach Großbritannien oder dann natürlich auch in andere Länder ziehen, das heißt auf Deutsch, dass ein Bulgare, ein Rumäne, ein Pole, der nach Großbritannien zieht und dort sind sehr, sehr viele hingezogen, weil die Wirtschaft dort sich gut entwickelt, die Polen und so weiter sind sehr gute Arbeitskräfte, also sicher weit bessere als das, was in der sogenannten Flüchtlingswelle kommt. Englisch ist eine Sprache, die die meisten Leute kennen, also da gehen Sie lieber nach Großbritannien als nicht in die Niederlande, weil dort müssen Sie eine völlig fremde Sprache lernen. Und das hat ja auch Großbritannien viel geholfen, auch wenn die Leute sagen, hallo, da sind ja jetzt auf einmal was hier, lauter Polen und so, aber das war ja eine, wie soll ich sagen, geradezu eine elitäre Völkerwanderung, die da hinübergegangen ist. Aber es hat ein Problem gegeben, was auch schon in Österreich immer wieder diskutiert worden ist. Also es gibt natürlich auch Leute, die nicht so sehr damit fest arbeiten und gut verdienen hingehen, sondern die sehen, da gibt es sehr tolle Sozialleistungen, also Arbeitslosen, Familien, Kinderbeihilfen, vieles anderes in Österreich sowieso, aber auch in Großbritannien und den alten westlichen Ländern besser als in den Reformstaaten, die natürlich noch immer da einen ordentlichen Rückstand haben, wenn du denkst, Durchschnittspensionen in etlichen EU-Ländern zwischen 1 und 200 Euro im Monat. Und bei uns ist fast schon bei 900 die Mindestpension und die Bedarfsorientierte Mindestsicherung, aber auch de facto das, was jeder kriegt, der nichts verdient, vereinfacht ausgedrückt. Und da sagen die Briten ja, bevor so einer kommt und dann jetzt gleich das kassieren will, muss er wenigstens, weiß ich, fünf Jahre bei uns gearbeitet haben. Und das ist auch was durchaus Vernünftiges. Das haben wieder diese maximalistisch denkenden Europäer, jetzt muss für eine halbe Milliarde Menschen alles gleich sein, aber nur in Bulgarien, Rumänien vor allem, aber auch in den anderen haben die halt, weil die Wirtschaft noch nicht so gewachsen ist, viel, viel niedrigere Sozialleistungsstandards. Und wie willst du das ausgleichen, wenn du völlige Freiheit hast, so und ich gehe jetzt dorthin und kassier's. So einfach war es eh nicht immer, aber es war zu einfach. Und da sollen jetzt die, die, und da hat die EU jetzt also ein paar Beschlüsse, deren Durchführung aber noch keineswegs, also in trockenen Tüchern ist, einige Beschlüsse gefasst, dass da ein Land sozusagen sich ein bisschen absichern kann und gegen solchen Missbrauch. Mehr zu diesem und anderen spannenden Themen lesen Sie auf Andreas Unterbergers nicht ganz unpolitischem Tagebuch oder denlateen Tüchern. Das ist ja auch schon. Wir haben das vorhin, als in S nhữngexten zu Hause. Das ist ja auch schon. Untertitelung des ZDF, 2020